Ich habe den Kurs erdbebergerechte Holzbauten besucht, weil ich als Bauingenieur mich häufig mit Erdbeben beschäftige, aber eigentlich das Fachwissen nur im Bereich Massivbau habe. Der Kurs hat mir die zusätzliche Kompetenzen vermitteln, damit ich auch den Holzbau abdecken kann. Das ist besonders wichtig, wenn ich bei meiner Arbeit mich zum Beispiel mit einem Hybridbau beschäftigen muss, wo Holzbau und Massivbau zusammenkommen und dort ist eine ganzheitliche Betrachtung notwendig. Mit diesem Kurs habe ich jetzt einen weiteren Schritt gemacht, um auch das Gebiet abzudecken. Das Spannendste am Kurs war, dass man den direkten Bezug zur Praxis hat. Alle Dozenten bringen sehr viel Erfahrung mit und können Fragen beantworten. Besonders auch der Bezug zur Forschung durch Martin Geisser, der uns immer wieder mitteilt hat, was läuft jetzt gerade, was sind die neuesten Erkenntnisse und sogar auch der Ausblick, was sich an den Normen vielleicht in Zukunft wird ändern. Am meisten Nutzen hat mir den Kurs gebracht im Bereich der praktischen Anwendung, weil es ist ein Kurs, der nicht nur die Theorie vermittelt, sondern es geht wirklich darum, das dann anzuwenden. Weil ich noch nicht viel Erfahrung im Holzbau hatte, habe ich nicht gewusst, genau an was ich mich orientieren kann. Durch den Kurs habe ich jetzt eigentlich wirklich eine klare, praktische Anwendung, Anwendungshilfe bekommen und kann das im täglichen Leben, im täglichen Berufsleben direkt anwenden. Kursz 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 Untertitelung des ZDF, 2020